Wir steigen alle beiden über das Modul X27 AB3 und lassen unser Bett nach unten sinken. Sei dir, was du bist. Deine wahre Natur ist Kraft. Tja, Spannung gewiss. Von Modul X27 AB3 lassen wir uns einen Impuls geben. Der Kopf wird dem Untergrund entgegengeneigt. Und wir saugen die Energie auf. Die Entspannung gewiss. Wir spüren, wie die Energie des Modul X27 AB3 unsere Beine richten. Einfach mal loslassen. Eins. Der Energiebehälter leuchtet. Wir knien uns an einer energetisch angesprechenden Stelle vor das Modul und senken die Stirn darauf. Den Kopf sinkt zu den Knien. Die Energie aus dem Modul X27 AB3. Die Energie raus zu trocken. ER2บ1. Einfachих Nach micro! Vielen Dank.